Kritik am Führungsteam von Borussia Mönchengladbach sorgt für Diskussionen. Während des Spiels gegen den VfL Wolfsburg fiel besonders die Meinung des Fußballexperten Sebastian Kneißel auf. Inmitten der Partie machte er deutlich, dass er Bedenken bezüglich der Entscheidungen der Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach habe. Dabei legte er einen besonderen Fokus auf das Wort Umbruch. Der Sieg von 3 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg markierte für Borussia Mönchengladbach einen wichtigen Wendepunkt, da sie in den vergangenen Wochen mit negativen Ergebnissen zu kämpfen hatten. Es war erst der zweite Sieg der Mannschaft in der Rückrunde und überhaupt der zweite Auswärtssieg in dieser Saison. Trotz einiger positiver Momente steht Borussia Mönchengladbach vor zahlreichen Herausforderungen in dieser Saison. Insbesondere nach der enttäuschenden Niederlage im Pokal gegen den Ersten. FC Saarbrücken herrschte eine spürbare Unzufriedenheit im Umfeld des Vereins. Viele Fans sahen im Pokalwettbewerb die letzte Chance, die insgesamt Durchwachsene Saison zu retten. Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach, insbesondere Sportchef Roland Wirkus, griffen häufig auf das Wort Umbruch zurück, um Rückschläge zu erklären. Diese Erklärung stieß jedoch nicht bei allen Fans auf Zustimmung. Auch der Fußballexperte Sebastian Kneißel äußerte während des Spiels gegen Wolfsburg deutliche Kritik an dieser Haltung. In der 79. Spielminute machte er seinen Unmut über den Umgang der Verantwortlichen mit der sportlichen Situation deutlich, während Gladbach bereits mit 2 zu 1 führte. Das Wort Umbruch kann in Gladbach wohl keiner mehr hören, begann der Experte sein Gespräch mit Kommentator Jan Platte. Es wurde fast schon als Ausrede benutzt und Kneißel betonte, dass er den Begriff zu oft als solche empfand. Der ehemalige Fußballer beklagte, dass es den Fohlen an Ambitionen mangele und dass sie wieder einen klaren Anspruch bräuchten. Vielleicht könnten sie nicht um die obersten Plätze in der Bundesliga konkurrieren, aber sie sollten den Anspruch haben, sich zwischen Platz 10 und 12 zu stabilisieren, betonte der 41-jährige Experte. Trotz dieser Kritik gelang es Borussia Mönchengladbach, etwa acht Minuten nach den Äußerungen von Kneißel, mit einem Treffer das Spiel zu gewinnen und damit den ersten Auswärtssieg seit Monaten zu sichern. Dennoch dürften viele Fans Kneißels Ansichten teilweise nachvollziehen können.